Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows, mit einem in dieser Woche ziemlich vollgepackten Wochenrückblick. Wir reden über Windows 11, wir reden über Microsofts Android-Aktivitäten, über die Entwicklerkonferenz Build, wir haben noch ein bisschen was zum Thema Gaming und wir schauen ein kleines bisschen vorab auf das Windows-Event in der kommenden Woche. Also es ist ganz schön was los und deswegen fangen wir auch direkt an. Und zwar, es gab in dieser Woche ein Update für Windows 11, da waren hauptsächlich Bugfixes drin, es ist ein optionales Update, also wenn ihr euch gerade fragt, wovon redet ihr? Ich habe überhaupt nichts gesehen, alles gut. Es ist wie gesagt ein optionales Update, das heißt es wird nicht automatisch runtergeladen, man muss die Installation manuell anstoßen. Wie gesagt, ein Haufen Bugfixes drin und zwei Änderungen, beziehungsweise dann letztlich nur eine. Die eine, von der dachte man, sie wäre drin, dann hat sich gezeigt, sie ist es nicht und die andere kam relativ überraschend. Und zwar, die erste, von der ich gesprochen habe, ist das Wasserzeichen, vielleicht habt ihr davon gelesen, es gingen auch Screenshots davon rum, dass wenn man Windows 11 auf nicht unterstützte Hardware betreibt, also mit einem inkompatiblen Prozessor beispielsweise, also sagen wir mal nicht mit einem inkompatiblen Prozessor, sondern mit einem, der bei Microsoft auf der schwarzen Liste als inkompatibel steht, weil, wie wir wissen, ist das ja alles ein bisschen getürkt, habe ich mich schon wieder verhaspelt. Was wollte ich sagen? Also, wenn man Windows 11 auf nicht offiziell, nicht unterstützte Hardware betreibt, würde da unten rechts so ein Wasserzeichen eingeblendet, das war bei der Vorab-Version dieses Updates tatsächlich drin. Da stand dann so, Achtung, Achtung, sie nutzen Windows 11 auf nicht kompatibler Hardware. Dann dachte man, das wäre in dem Update dann auch drin, wenn es auf die Allgemeinheit losgelassen wird, war es aber gar nicht, sozusagen Sturm im Wasserglas. Vielleicht hat sich da Microsoft auch ein bisschen beeindrucken lassen. Es gab natürlich, logischerweise, wieder Diskussionen darüber, Leute, die gesagt haben, muss denn das sein? Müssen die den Leuten damit auf die Nerven gehen? Die haben möglicherweise, wie gesagt, bei Microsoft davon beeindruckt, haben gesagt, na komm, lassen wir das lieber mal weg. Zumindest vorerst der Registry-Key, mit dem man dieses Wasserzeichen sichtbar machen kann, beziehungsweise unsichtbar, der ist da. Das heißt, könnte sein, dass man das irgendwann dann mal wieder hervorholt und aktiviert. Sei es drum. Eine andere Änderung, über die hat Microsoft gar nicht gesprochen. Dabei ist sie sehr positiv aufgenommen worden. Aber Microsoft hat mehr oder weniger unfreiwillig an der Stelle gehandelt. Und zwar haben sie es wieder einfacher gemacht, den Standardbrowser in Windows 11 zu ändern. Wer das von euch schon mal selber gemacht hat, der weiß, es ist eine ganz furchtbare Klickorche. Und man klickt sich in Wolf, bis man alle Protokolle und Dateiendungen seinem Wunschbrowser zugeordnet hat. Weil es dafür keinen Button mehr gab in Windows 11. Der ist jetzt wieder da. Er ist noch ein bisschen versteckt. In den Einstellungen unter Apps und Standard-Apps müsst ihr euren Lieblingsbrowser aussuchen. Und da könnt ihr ihn dann zum Standardbrowser machen. Was auch wieder funktioniert, was vorher nicht ging, ist, wenn ihr jetzt beispielsweise Firefox geladen habt und innerhalb von Firefox sagt, jawohl, das soll mein Standardbrowser werden, dann war das ja bisher so, dass man in die Einstellung geworfen wurde. Und wenn man nicht wusste, wo man dann hinklicken musste, war man erstmal verloren. Das funktioniert also jetzt auch wieder. Das heißt, wenn man da draufklickt, dann werden zumindest einige, also die HTTP- und HTTPS-Protokolle und die Dateiendung HTML, HTML, wird dann wieder mit Firefox oder jedem anderen Browser, indem ihr diesen Knopf drückt, wird dann eben diesem wieder zugewiesen. Mozilla sind die Ersten, die sich dazu geäußert haben. Die haben gesagt, ja, ganz nett, was ihr da gemacht habt, aber ist uns noch nicht genug. Ihr müsst es noch ein bisschen einfacher alles gestalten. Also an der Stelle ist die Messe noch nicht so ganz gelesen. Aber es ist zumindest doch mal wieder eine Erleichterung unter Windows 11, wenn man einen anderen Browser nutzen möchte. Wie ihr wisst, gibt es keine offiziellen Zahlen zu Windows 11. Also Microsoft sagt zwar, die Adaption wäre sehr gut, also die Leute wären sogar schärfer auf Windows 11 als damals auf Windows 10, würden schneller umsteigen, ohne dass sie das aber mit konkreten Zahlen belegen. Die müssen wir uns zusammen puzzeln von inoffiziellen Statistiken. Adduplex ist zum Beispiel so ein Werbenetzwerk, die jeden Monat so eine Statistik machen. Und da ganz interessant, da hat sich Windows 11 im März gegenüber dem Februar überhaupt nicht verändert. Allerdings haben die schon einen Anteil von 19, irgendwas Prozent. Das ist garantiert zu viel ermittelt für Windows 11. Wobei man sagen muss, die betrachten Windows 10 und 11, also nicht den gesamten PC-Markt, beziehungsweise die gesamte Windows-Welt. Von daher ist die Zahl natürlich da auch wieder ein bisschen krumm. Die anderen, die uns solche Zahlen liefern, sind StatCounter. Bei denen steht Windows 11 jetzt bei 8, irgendwas. Hat sich auch gegenüber dem Vormonat nicht sehr stark verändert. Es scheint also tatsächlich so zu sein, als ob das Ganze momentan ein bisschen gebremst abläuft. Also, dass wenige Leute von Windows 10 auf Windows 11 umsteigen. Ist das schlimm? Für uns sowieso nicht. Ob es für Microsoft schlimm ist, wissen wir nicht. Ich persönlich glaube, dass es ihnen mehr oder weniger wurscht ist. Und wir haben es an der Stelle schon oft thematisiert. Windows 11 war in erster Linie ein Hardware-Verkaufsprojekt für das Weihnachtsgeschäft in 2021. Ansonsten gibt es so viele Gemeinsamkeiten zwischen Windows 10 und Windows 11, dass es Microsoft im Grunde wirklich eh wurscht sein kann, welche von beiden Versionen man nimmt. Das war bei Windows 10 anders. Da wollten sie den Store zum Beispiel groß in Stellung bringen. Deswegen hat man da die Leute wirklich gedrängt Richtung Windows 10. Bei Windows 11 ist es wirklich mehr oder weniger egal. Und von daher glaube ich auch, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Das heißt, dass Windows 11 in den kommenden Monaten nicht mehr so stark wachsen wird, sondern dass das hauptsächlich eben über Neuverkäufe ablaufen wird. Die richtig große Welle kommt sowieso erst, wenn auch die ganzen Unternehmen auf Windows 11 umsteigen. Und das ist, wie wir wissen, eh ein Thema. Das braucht generell Zeit. Unternehmen warten mindestens ein Jahr, bis sie da anfangen zu migrieren. Und von daher denke ich, wie gesagt, wird das Ganze jetzt eher ein bisschen ruhiger ablaufen. Ganz und gar nicht ruhig war es bei Microsoft, was das Thema Android angeht in der vergangenen Woche. Einmal gab es eine öffentliche Ankündigung, die war nicht ganz so groß. Nämlich man benennt die beiden Apps um. Die eine heißt ja bis jetzt Ihr Smartphone unter Windows 10. Das klingt schon so ein bisschen ungelenk. Noch kruder wird es unter Android. Da heißt die App nämlich Begleiter für Ihr Smartphone. Kriegt man wirklich Schienenknoten in der Zunge. Das wird jetzt geändert. Die App für Windows heißt jetzt einfach Phone Link. Muss ich auch mal, habe ich? Ja doch, Phone Link. Und die App für Android heißt dann Link to Windows. Also sehr eindeutige Bezeichnung. Das Ganze ist nach wie vor Android-exklusiv. Das heißt, iPhones sind von diesen Aktivitäten vollkommen ausgeklammert. Da kümmert man sich überhaupt nicht um das Zusammenspiel mit Windows. Und für die Android-Welt hat man einen neuen Partner gewonnen. Wie Ihr wisst, funktioniert die Geschichte bisher hauptsächlich mit Samsung-Smartphones sehr gut. Mit anderen Phones so eher lala. Und jetzt kommt Honor als neuer Partner hinzu. Erstmal für China angekündigt und für einige wenige Geräteserien. Es ist aber wohl geplant, das Ganze auszubauen. Also zu erweitern auf weitere Modelle und möglicherweise auch regional. Das heißt, in Zukunft könnte es sein, dass auch die Honor-Smartphones im Zusammenspiel mit Windows beziehungsweise im Zusammenspiel mit diesen entsprechenden Apps dann sehr viel mehr zu bieten haben. Das war der öffentliche Teil. Der nicht-öffentliche ist noch ein bisschen spannender, aber mitbekommen haben wir es natürlich auch. Und zwar hat Microsoft seine Organisation umgebaut und hat alles, was irgendwie mit Android zu tun hat, jetzt in einer Abteilung zusammengefasst. Die nennt sich, ich muss es ablesen, Android Microsoft Platform and Experiences. AMPX. Microsoft liebt Abkürzungen über alles. Das tun aber alle Großkonzerne. Und das soll also ein neues Team sein, in dem alles, was irgendwie für Android entwickelt, also ob Hard- oder Software, eben unter einem Dach zusammenarbeitet. Spannend auch in der Geschichte, dass diese neue Abteilung dann auch bei Panos Panay aufgehängt ist, der also jetzt nicht nur Windows-Chef ist bei Microsoft und Surface-Chef, sondern auch noch der große Android-Chef. Das heißt, seine Machtfülle wird da an der Stelle auch noch ein bisschen größer. Und man hat wohl langfristig das Ziel, Android-Smartphones zu so etwas wie einer natürlichen Verlängerung oder Erweiterung für Windows-PCs zu machen. Wie gut das klappen kann, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil Android gehört nun mal nicht Microsoft, sondern Google. Und die werden schon aufpassen, dass das nicht so gut funktioniert. Denn die haben ja mit Chrome OS und ihren Android-Smartphones ja auch noch ein Eisen im Feuer, obwohl man ja nie so richtig weiß, meint das Google jetzt echt ernst? Wollen die irgendwann tatsächlich mal groß angreifen auf dem Desktop oder sind die mit der Nische, in der sie sich mit Chrome OS befinden, ganz zufrieden? Auch nochmal ein Thema, das es sich sicherlich lohnt, mal genau anzuschauen. Ich bin gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Also wie gesagt, alles, was irgendwie mit Android zu tun hat, das betrifft auch die Entwicklung der Apps, also SwiftKey, Microsoft Launcher und was euch so alles einfällt. Das alles, wie gesagt, kommt jetzt zusammen und arbeitet hier unter einem Dach. Und ja, wir reden über Entwicklung, das heißt, bis man wirklich da was sieht, ob sich daraus wirklich ein Fortschritt oder was spürbar Neues ergibt, das wird halt ein Jahr dauern und dann werden wir sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Gut, ich schaue geschwind auf meinen Spickzettel. Was haben wir da draufstehen? Der Termin für die Microsoft Build steht fest. Am 24. bis 26. Mai wird Microsofts große Entwicklerkonferenz stattfinden. Wieder digital, wie auch in 2020 und 2021. Also wer sich vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht hatte, dass es zumindest so ein hybriden Event geben könnte, das wird nicht passieren. Also wie gesagt, wieder rein digitale Veranstaltung. Und ich persönlich glaube auch, dass das jetzt so ziemlich in Stein gemeißelt ist. Wir werden nicht mehr zurückkehren zu diesen großen Messen, wo irgendwie 20.000 Leute auf einem Haufen sich treffen. Ist ein bisschen schade natürlich auch. Andererseits eröffnet es natürlich auch Leuten, die zu diesen Messen nicht konnten, weil sie sich a. die Reisekosten nicht leisten konnten oder b. einfach nicht frei bekommen haben. Die meisten Leute arbeiten ja, die zu solchen Veranstaltungen gehen. Ja, in Zukunft kann da eben halt einfach jeder teilnehmen und das ist durchaus auch ein Vorteil. Wenn wir über Messen reden, dann reden wir auch über die Spielemesse E3. Die ist nämlich in dieser Woche leider vollständig abgesagt worden. Und da liegen die Dinge nochmal so ein bisschen anders. 2020 hat die E3 überhaupt nicht stattgefunden. 2021 hat man so ein digitales Event gemacht. 2022, wie gesagt, cancelt man sie jetzt wieder komplett. Und ich glaube, das hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern einfach damit, dass diese Messe sich vielleicht auch so ein bisschen überlebt hat. Viele große Hersteller sind sowieso schon fern geblieben in den vergangenen Jahren und haben sehr wohl natürlich das Rampenlicht genutzt. Das heißt, haben große Ankündigungen um den Termin der E3 herum gemacht, waren aber auf der Messe selber gar nicht da. Microsoft hat die E3 offiziell unterstützt, auch große Pressekonferenzen gemacht und so, haben aber ihre physische Präsenz auch nicht auf dem Messegelände gehabt, sondern mehr so nebenan. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass die E3 in der Form, wie wir sie bisher kannten, nie wieder stattfinden wird. Und ob sie überhaupt noch eine Zukunft hat, das ist ein Thema, da muss man drüber reden. Das will die ESA auch, also das sind die Veranstalter. Die wollen 2023 mit einem neuen Konzept wieder an den Start gehen. Und die letzte große Messe, die versucht hat, sich neu zu erfinden, war die CeBIT. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Und von daher bin ich da ein bisschen skeptisch. Und ja, lassen wir aber da einfach mal den Dingen ihren Lauf. Interessante News noch von dieser Woche, die auch aus dem Gaming-Sektor kommt. Wer von euch ein Xbox Game Pass Abo hat und vielleicht noch jemand in der Familie hat, der auch gerne spielen möchte, dann könnte sich da in naher Zukunft eine Lösung ankündigen, nämlich das, was sich viele gewünscht haben, ein Familienplan. So was soll laut einem unbestätigten Bericht zufolge in Arbeit sein. Demzufolge soll also Microsoft daran arbeiten, ein Xbox Game Pass Familien Abo zusammenzubasteln, das natürlich günstiger sein soll als fünf Einzelabos. Und dass man sich dann eben mit fünf Leuten aus dem gleichen Haushalt teilen kann. Wie das dann geregelt ist, ob das dann nur für Konsole oder PC gilt, ob die Leute im selben Haushalt wohnen müssen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind noch nicht bekannt. Aber die gute Nachricht ist, da wird wohl was kommen. Was auch in der nächsten Woche kommen wird, ist das Windows 11 Event, das sich ums hybride Arbeiten dreht. Also Microsoft wird hauptsächlich für seine Business-Kundschaft am Dienstag, den 5. April ab 17 Uhr, einige Neuigkeiten ankündigen. Ich weiß sehr viele schon davon, denn ich hatte dieser Tage ein Briefing mit Microsoft. Das heißt, ich könnte euch hier an der Stelle schon so einiges erzählen, aber dann müsste ich euch töten und anschließend würde Microsoft mich töten. Und das wollen wir ja alle nicht. Und deswegen müsst ihr einfach noch ein bisschen Geduld haben bis am Dienstag. Dann könnt ihr euch das Ganze live und in Farbe auf der Microsoft Homepage angucken. Und ihr könnt natürlich auf Dr. Windows auch alles nachlesen. Was wir leider nicht tun können, ist, das dann alles an dieser Stelle in der kommenden Woche zu besprechen. Denn ich mache nächste Woche sowas wie ein bisschen Urlaub, was man so bei mir Urlaub nennt. Das heißt, ich werde am kommenden Wochenende leider nicht vor der Kamera sitzen, beziehungsweise vor dem Mikrofon. Und dann müsst ihr bis zur übernächsten Woche auf mich verzichten. Ich hoffe, ihr kommt dann trotzdem wieder. Ich sage euch an dieser Stelle erneut, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen und wir sehen uns. Bis bald. b b b b b b b Vielen Dank.